nachdem wir in der letzten folge unsere seele zurück geholt haben und die plagegeister getötet haben können wir nun hier in den bird forest in chapter 3 und haben hier unser erstes time rift gefunden heute machen wir alle drei time rifts die es noch in chapter 3 gibt ja jetzt können wir nämlich endlich zugriff haben und dann schauen wir uns später noch chapter 4 an da hab ich mal gespannt wie chapter 4 aussehen chapter 1 war ja mafia town chapter 2 war der kampf von den filmemachern chapter 3 war seine seele und aufträgen zurückholen und da bin ich mal gespannt was noch auf uns zukommen mit chapter 4 chapter 5 da sind die roten steine die roten steine fallen direkt runter ok weil ich habe ein bisschen zu schnell finde ich sollte ein langsamer fallen dass ich mich drunter zieht so zack wir drehen die sich die räder hier dreht sich die musik blub blub habe ich jetzt fast gekillt ist die bisher wirkt wie ein relativ einfaches level mit verschiedenen mechaniken die sie präsentieren wollen oh nein nicht das ok 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 und joints und so und da oben ist glaube ich schon das ziel kann das sein maybe baby 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 ja da hinten sehen das was da regenbogenartig leuchtet das unser ziel unserer time nein und so teilen die hourglass aber leider bin ich jetzt gerade gestorben noch weil mir die plattform die fallende roten plattform bin ich aufgefallen sind einfach schnell durch schnell durch und 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 let's go bitte sagen wir jetzt nicht ich muss noch mal die quest machen mit dem plagegeistern nur damit ich hier wieder hinkommen das wäre nächste cool aber erstmal wird richtig ja im casino ja 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 oh das sieht cool aus einwohner maske ich hab die fuchsmaske haben jetzt diese bunny maske das ist süß interesting schaut euch unsere maske an ja und das ist tatsächlich ein ersatz für die fuchsmaske ok dann haben wir jetzt eigentlich für jeden einzelnen hut mal was neues bekommen ja gut von den normalen kids hut kriegt man ja in manchen quest kapitel level etwas neues so aber bevor wir jetzt weiter gehen das andere suchen gehe ich mal zum einzigen ort zurück wo wir jetzt noch irgendwie eine trophäe aufbauen können wahrscheinlich gehen wir mehr wenn wir jetzt chapter 4 betreten sonst war hier kann ich das jetzt beenden das bild ja du hast einen schatz von komischen planeten identifiziert du spürst in diesem raum eine zeitverzerrung aber du bildest du das bestimmt nur ein welcher raum ist das hier überhaupt irgendwas grünes planitarium kann ja ich meine so ein garten was habe ich mal so ein garten keine ahnung was das drei farben graffiti kids die wurden definitiv für vandalismus gemacht ich fühle mich beim anblick gezwungen sie zu nehmen und alles anzumalen ich kann daraus nur schließen dass dieses kid illegal sein muss das macht diesen schatz viel wertvoller wenn du das paket nicht schon offen wäre nur ein monster würde sich trauen sowas zu tun oh mein gott voll illegal wie super wie super gefällt mir okay scheinbar haben wir doch nicht haben wir jetzt vorgeschaltet war das das vielleicht war es auch mit einem anderen geschenk wie man die mission freischaltet auch gott ja weil das gilt das ist es nicht hier rechts fehlt mir und nämlich noch so im zeit rift habe ich auf so einem bild gesehen ah verdammt ok warte ich gehe jetzt einfach in irgendeine mission rein und hoffe dass die das erweil jetzt nicht mehr brennt aha das zeigt uns auch schon direkt so hin in die richtung bald hat aber du hast nichts neu so ne du hast es alt bekannte wie immer aber jetzt sprach ich erst mal auf das geschenk ding so ich weiß ungefähr wo das zeit trifft ist hier das dritte machen wir dann leute das dritte machen wir dann ein andermal weil das kann ich jetzt im moment noch nicht machen weil uns dafür noch ein paar geschenke fehlen wenn wir das aber freischalten hier zum beispiel ein geschenk eine eine halskette eine goldene schön nett süß aber ich verspreche euch die machen wir dann auf jeden fall noch bevor wir chapter 4 durch machen wahrscheinlich weil ich bis dahin das geld aufgetrieben haben so warte wo muss ich überhaupt lang ich weiß es gar nicht mehr und muss ich hier hoch war hier der richtige weg also hier war auf jeden fall ein weg um hier hoch zu kommen wo wir schon mal waren moment von der spitze aus von hier aus da hinten könnte doch was sein ansonsten andere wege gibt es von hier aus nicht daraus schließlich dass wir den jump von hier bis dahin nicht schaffen muss man von dort machen von hier warum ist es denn wieder eingesperrt wir haben letzte folge erst aufgebrochen speichert wohl nicht naja was soll es ist eigentlich schlimm kurz ein bisschen kalt werden kann es ja juckt er jetzt nicht stört jetzt niemanden heute jetzt niemand rum hier waren wir auch schon drin hier oben baby was interessantes mitten des waldes feuer grünes feuer wer hat das gesagt wer hat gesagt dass ich hier neu bin das warte mal hier ist ein gemälde wo müssen das hin wieso kannst du nicht machst du nicht ändern jetzt danke so schwer ist es noch nicht hier kommen wir wo muss ich dafür lang wo waren noch mal die plagegeister verdankt ich habe sie verloren hier sind sie okay war mir gerade nicht sicher ob ich schneide oder so so ja ja ich bin kein amazon prime express mit schon auf mich warten aber ich beeile mich so habe ich meinen eigenen weg hier noch frei hier oben ist eins dafür müssen wir aber erstmal irgendwelche spinnen töten für alles klar jetzt gehen wir auch noch hin hier ist eine spinne klatsch da ist noch irgendwas leuchtendes gibt es einiges noch zu erkunden boah du bist einer der spinnen das andere war vielleicht keine i don't know boing 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 und der letzte spinne wenn ich runter kommen vielleicht mich erstmal die anderen hervorrufen ah nee das ist einfach eine respon da ist das timelift ja komm machen wir erstmal das timelift würde ich sagen und dann machen wir die plagegeister danach ja machen wir erstmal das timelift let's go ja dann machen wir die plagegeister ein andermal wenn wir sowieso das dritte timelift dann freigeschaltet haben doch ist in ordnung ist noch gut ich bin da gehypt auf chapter 4 ich bin gespannt wie das aussieht was wir schon seit nach jahrhunderten gefühl angezeigt dass wir dahin können ich muss da jetzt endlich hin oder muss ding oh du 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 ich seh noch kein dorf bisher ich hab mich ein bisschen gescamt aber das server geht ja gerade erst los bestimmt kommt das schon es wird schon noch kommen kekse juhu juhu Wohu! Muss man aufpassen. Äh, ja. Genau. Du, du, du. Wooo. Miau. Ja. Du, du, miau. Checkpoint. Das will ich gerne sehen. Was haben wir hier? Ah, der Toot! Nee, das ist natürlich nicht. Wir haben hier noch mehr Kekse. Nur ist das Platforming hier ein bisschen komisch. Ich war mal an der Stelle, wo ich gerade gestorben bin. Aber ansonsten, da ist es, das Side Rift. Äh, das ist das Time. Ach, ihr wisst, was ich meine. Das Zeitdingsbums. Unsere Hourglass. Man kann von beiden Seiten hinkommen, okay. Ja, und jetzt ist man durch. Das war's. Warum machen wir hier noch ein Checkpoint los? Ist doch super easy. Danke, Entwickler, für diesen tollen Checkpoint. Der hat mir sein das Leben gerettet. What ever. Und jetzt ist es wieder. Gleckspärser, ein Casino gedreht. Juhu. Ich brauche keine Farbe. Ich habe schon die beste Farbe. Sie süß ist, aber brauche ich nicht. Okay, ich brauche es. Sprinthut. Ich kann es mal ausrüsten. Um zu sehen, wie es aussieht. Aber ich möchte eigentlich mal einen Dino-Hut behalten. Weil das ist der beste Hut, man. Die sieht einfach super aus. Geht zu sagen, was ihr wollt? Das sieht super aus. Genau, die Tür. Schon seit wir 14 Dinge haben gehört. Das ist süß eigentlich. Endlich ist es voll niedlich, oder? Ich glaube, ich behalte es trotzdem mal. Weil es ist echt niedlich irgendwie. Es gefällt mir. Okay. Ich würde uns jetzt nur sagen, hey, 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 du bist noch gar nicht durch mit der Welt. Der zeigt uns jetzt auch erst an, dass wir was fehlen. Hier ist ein Zeit, dass du noch nicht für das Kapit freigestellt hast. Hast du den Schatz aufgestellt? Ja, der gibt uns einen Tipp. Okay. Sobald ich 400 gespart habe, wir haben ja jetzt 200. Geh ich nochmal zurück und suche nach dem Ding. Und ähm, jetzt gehen wir erstmal hier rein. In Chapter 4. Badam. Ach, und das ist der Ort. Energie für den Keller wurde wieder hergestellt. Das ist der Keller. Ist das ein Garten oder so? Das Kapitel Alpinbergkette ist jetzt verfügbar. Soleste? Oder was geht es ab? Ketten auf einem Berg. Ich gehört. Uh. Das sind doch Bilder von Erinnerungen. Ich frage mich, ob ich eigentlich schon mal so unterhaltsamen Video ein Like gelassen habe. Sollte ich mal machen. Naja. Wir sind hier. Okay. Hier ist das Planetarium. Da kann man aber nicht durch. Nein. Dann halt nicht. Oh. Wenn wir fast durch sind mit dem Spiel, also 35 von 40, dann können wir hier rein. Und Sturdy Laundry Cleaner. Aha. So, was, was, was? Kann da irgendwas aktivieren? Hier. Oh, was? Ich hab das hier gar nicht gesehen. Leid. Yeah. Was denn da links? Nur ein paar Blumen. Okay. Ein paar Pflanzen, ein paar Blumen. Uh. Und hier sind wir schon. Das ist so kleine Teddybär, ne? Teufel, die muss immer dabei sein. Der Notfallknopf. Perfekt für Momente, wenn du einen Knopf drücken möchtest, aber nirgendwo anders an den finden kannst. Äh. Okay. Okay. Und direkt ein Tyrus detected. Okay, weiß das hier vielleicht von den Mahlstiften. Kann sein. Dann habe ich das verwechselt mit den Mahlstiften mit dieser Welt. Okay, keine Ahnung. Tu, was auch immer du willst. Freier Modus. Was? Free Roam? Warum das denn? Alpen Bergkette. Freier Modus. Hä? Ist das hier kein richtiges Chapter? Ist das einfach nur so... Hier gibt es super viele Zeitrifts oder sowas? Ich bin gerade verwirrt. Freier Modus? Hä? Nur erkunden Modus? Aber es wirkt mir wie so eine Bergstadt. Das ist echt super interessant. Yeah! Okay. So ein paar Figuren. Sehen ganz nett aus. Erinnern mich so ein bisschen an den zweiten Pokémon-Film. Na gut. Solche Dinger kennt man natürlich auch. Okay. Freier Modus. Hier gibt es ein Zeitstück und ein Zeitriss. Das war's. Was? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Hier gibt es locker noch mehr als das Auge es einem erlauben lässt zu sehen. Was? Ich könnte mich ja verbrennen. Aber ich krieg kein Damage. Hier. Ich hab keine Lebensanzeige. Eigentlich müsste ich jetzt tot sein. Ich kann auch Leben wieder einsammeln. Hier sind Eier. Wir tratschen mal drauf. Ich bin total verwirrt. Geht es also nicht weiter? Muss ich jetzt Chapter 5 weitermachen? Na gut. Wir könnten zumindest das Zeitriss schon mal machen. Weil da können wir jetzt einfach rein, oder? Ach nicht. Hab mir das Bild gleich angeschaut in der Zeit. Ach egal. Was darf man machen? Äh. Hier kommen wir nicht rüber. Hier auf dieser Seite kommen wir auch nicht rüber. Können wir hier lang? Stabile Brücke. Wunderbar. Ding dong. Nochmal. 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 Jetzt machen wir uns endlich auf. Mensch, das wird immer mehrmals klingen, bis sie einen hören. Aua. Was? Jetzt können wir damage? Oh, ich glaube, hier geht wirklich irgendwas faul. Hier ist irgendwas. Hier geht irgendwas ab. Ich weiß es einfach. Hier passiert jetzt gleich irgendwas storymäßiges. Hallo, Spinilein. Tschüss, Spinilein. Immerhin haben wir hier Lebewesen auf diesem Planeten, auf dieser Welt. Und was wackelt hier? Ich habe Angst. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann eine Spinilein. Ich lasse mal in Ruhe. Spinilein. Kann brav sein. Und allein sein. Und mich in Ruhe lassen. Wir sind noch von... Gipfel des Berges angekommen. Hier gibt es irgendwas zum Drehen. Drehen mal. Und noch mal. Okay, hast du den ganz jetzt gedreht? Hallo. Habe ich es noch mal zum Drehen? Okay. Ich glaube, der Berg bricht gleich zusammen, wenn ich weißer mache. Egal. Bom, 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 bom. Oh, oh. Oh, das Ding ist jetzt aufgegangen. Habe ich nicht gemerkt. Wow. Wo ist das denn hin? Wow. Was zum Teufel. Ist ja richtig cool. Muss ich jetzt ausweichen? Äh. Ich glaube, es gibt nur ein Horrorlevel. Oh. Oh. Oh, hallöch. Das war nur der Anfang. Leuchtet was? Das ist bestimmt das Zeit... Das ist die Zeituhr. Let's go. Das sieht voll interessant aus. Ich bin richtig drin in dieser Welt. Da links ist noch was. Und was leuchtet dort. Hier rechts leuchtet noch irgendwas. Eieiei. Weil hier oben auch noch trägt. Wuhu. War nicht so ne weiche Entladung, aber... Wuhu. Und die Musiker hat sich... Ach, hey. Hier ist das Zeitrift. Dann war das doch direkt, oder? Ich weiß nicht viel über die Götter hier, aber wir haben versucht, ihnen einen riesigen Bezug. Okay. Wenn ihr in ihren Weg geht, dann sind sie ein bisschen pushy. Waren wir direkt mal das Zeitrift. Und machen dann weiter. Alpin Bergkette. Und ja, ich skipp euch dann gleich den Rückweg. Der muss nicht sein. Aber was geht hier jetzt ab? Das ist kein normales Platforming. Das ist... Wiedererkunden. Die Textur. Aha. Sagt mir nicht, hier gibt's wieder Bilder zu sammeln. Dafür bin ich gerade nicht ready. Also, wirklich nicht ready. Ich hab keinen Guide aufgemacht. Aber ich find's ja auch nicht. Ich hab auch keine Leiste. Ah, doch. Doch, doch. Eins von fünf. Hoffentlich finde ich alle, sonst wird nachgeguckt. Aber ich muss ehrlich zugeben, am letzten Mal hätte ich's auch ohne Guide geschafft. Definitiv. War es nicht so schwer. Na ja, schauen wir mal. Ein, zwei, drei. Oh, ist das wirklich nicht lang? Aha. Kronen-Münzen-Dinger. Okay. Ich geh mal davon aus, dass es in jedem Bereich mindestens ein Bild gibt. Oder geben wird. Ich guck mich hier gründlich um, natürlich. Hallöchen, Gegner aus, ähm, Mafia Town. Aha. Aha. Nice. Ich hab schon gefunden, das zweite. Und das ja eingesammelt. Aua. Joins. Soins, Scoops. So, das zweite Ding davon eingesammelt. Ist hier hinten was? Nee, man kann ja nur langen gehen. Was bist du hier eigentlich? Hallo? Tutu. Hi, Kumpel, wie geht's? Wie soll ich spawnen? ich glaube das traurig ich lasse mal lieber alleine den traurigen großen mann die verstecken sich diebeln dem geld die mein geld dann wieder klauen wollen tricky tricky was euer wappen die schikers was sind hier oben noch so ein ding okay dann ist noch so ein ding aber ich glaube ich habe es nicht mehr kommt jetzt ok akzeptiere mein feld akzeptiere mein schicksal aber jetzt muss ich erst mal wieder zurückgehen und gucken ob ich es erreiche aber wie wir brauchen wir eigentlich drei okay wir haben drei dann noch möchte ich hier noch mal hier umschauen wir haben ja alle zeit der welt alle zeit der welt easy peasy rosa katzenstein ja ja ich habe das gefühl werden noch katzen sehen also viele katzen sehen hier in dieser in diesem spiel vielleicht sogar in dieser welt gehen wir erstmal weiter ich habe mehr gemälde gibt es hier nicht ein zwei drei noch muss ich schon so ein bisschen zu lässt ein bisschen warum berge klettern ich genauso gut auch noch gelingau wird denken oder sowas wer wohnt denn hier in dem nest ein bild änderungsfoto an mama vogel was ist denn hier genau so ein ding wenn wir haben wir jetzt schon mal genug würde ich mal behaupten sein warte mal bevor ich jetzt weiter gehe will ich in den berg noch mal entklimmen da unten gibt es auch noch ein bisschen was verkunden hier zum beispiel noch so ein ding sich immer noch ein bild da oben ist auch gesehen dann bekomme ich hier hoch wieso sterbe ich ja eigentlich nicht bei dem was das doch brandheiß oder nicht so kann ich nicht zweimal benutzen da sie das bekomme ich da hoch fehlt mir dann eine fähigkeit die kamera sagt mir jetzt auch nicht lang muss eigentlich runter auch nicht die fliecher wieder hahaha naja seid lustig ihr seid lustig immer doch danke was mit euch los was soll dieser ort hier so ob man nur so damit ich sterbe cool wo bin ich ja ich kenne es schon raus sechs stück aber ich habe immer noch keiner mich da hochkommen ja 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 nein ich glaube so nervig den ganzen weg immer wieder neu zu machen ich glaube ich soll da den jump schaffen warte ich muss das nochmal und zwar den jump hier warum klettert sie direkt und warum war es jetzt wieder nötig das ist so unnötig warum kommen alles neu ich habe jetzt mal nachgeschaut und entweder ich bin wirklich so blind oder das ist echt schwer zu sehen weil auf den dingern brennt man auch nicht und hier kann man freiraum einfach hochklettern und dann soll man es von hier aus schaffen können mit dem badge habe ich es nicht geschafft ich muss noch auf eine andere wand ich guck mal ich guck mal was ist denn da oben noch Kamera hilft mir halt nicht äh ach so macht man es okay gegen die wand springen und dann hat man es dann wollen wir jetzt nicht sterben nicht mehr sterben hier ist heilung noch mehr heilung oh danke danke vielen vielen dank okay jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich hier weg komme ähm ah so war gerade schon ein suicide respawn spawn aber geht auch so okay ich habe schon nachgeschaut wo die letzten sind also nicht wo die sind aber halt wie viele pro level hier sind hier im vorletzten level gibt es die letzten beiden bildern habe ich nachgeschaut habe ich nicht geschafft wo die sind aber da weiß ich zumindest dass es die hier gibt du hast das level erst verlasse wenn ich hier das ganze wird verhältlich gemacht habe ich kann schon fast gehen wieder neu weil ich habe schon alles hat was ich brauche ähm okay da mache ich einfach nur einen long jump so da hinten leuchtet noch was mhm hier ist eine riesige windmühle wie mir scheint hier brauche ich meine äh meine bunny maske damit ich hier rüber kommen warum machst du den jump nicht girl warum machst du den jump nicht what the hell wo bin ich wo bin ich wieder mein süßes bändchen wo jetzt mich verwirrt okay ich weiß wirklich nicht warum sie den jump nicht geschafft hat weil das war jetzt kein schwerer jump ehrlich nicht schon schon wieder was was soll das also entweder mein charakter macht einen blödsinn oder das ist einfach nicht gut platziert worden das ist nicht einfach nur so jump und dann schaffe ne man muss extra ab timen selber darauf aufpassen dass du es schaffst warum warum danke kann ich hier hoch ja kann ich okay wir haben auch keine bilder gefunden jetzt habe ich ein bild gefunden vielleicht sehen das auch oh okay ich verstehe den jump so schön dann und da hinten leuchtet noch was vielleicht ist das das letzte bild ich weiß nicht könnte sein boah ist bestimmt rutschig wenn hier so überall wasser ist okay da ist eine große lange insel mit ganz vielen zahnrädern und hier ist noch irgendwas wo ich noch nicht war wo ich aber hin kann jetzt sag ich noch mal zurück versuch das noch mal boah ich sehe gerade wie lange die jetzt schon die folge ist ich habe noch kaum was gemacht in dieser welt irgendwie tut es schon leid aber das heißt ja nur dass es dann ab dem nächsten mal nochmal super interessant wird wie komme ich hier hin wie komme ich da hin ich habe ich einen super langen jump darüber gleich hier stehen ja aber irgendwas hat mich entdeckt weiß aber nicht was auch gut schon wieder wahrscheinlich hier im gebäude du 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 ich kann noch niemals auf der windmühle stehen oder oder das ist auch nicht und ich bin tot weil ich es ausprobiert habe schön sollen wir das hier höre ist ja ich dachte da kann man nicht drauf stehen ich dachte ne wie komme ich da hoch wie zum teufel komme ich da hoch klingt mir das wenn ich hier wieder hochgehe habe ich hier irgendeinen weg übersehen ich habe das gefühl ich habe irgendwas übersehen aber keine ahnung ey das ist super verwirrend für mich meine theorie ist dass ich es von hier irgendwie schaffe ich schaue es nach wisst ihr man ist ja die ganze zeit unterwegs in der luft und muss immer weite sprünge schaffen und immer an den enter haken drangehen und ich dachte wenn ich hier runterfall bin ich tot deshalb dachte ich ich muss hier sowas machen aber man kann hier einfach runterfallen und es passiert nichts und äh ja man kann hier einfach runterfallen und es passiert nichts cool oder kann hier einfach lang und kann man hier rein und äh ich kann nicht sehen dass unter mir noch eine plattform aha habe ich mir irgendwie gedacht mir irgendwie gedacht unter dem wasser fallen muss noch was sein warte ich kann ja abkürzen ich kann den jump schaffen hier ich sitze zu und lerne wie ich sterbe lasse ich nicht jetzt habe ich es reingeschafft oh die ist heilung zum glück ok das bild ist somit die backstory dieser welt haben wir schon mal schauen wir uns gleich an ist das eine bombe? ja war eine bombe ok joshi eier lassen wir sie mal in ruhe schlüpfen aber ihr seid da sie bösen bösen vögel ganz böse kusch kusch jetzt habe ich gar nichts an manieren beigebracht scheinbar ok jetzt können wir eigentlich schon liefen was tun wir jetzt auch außer hier oben ist noch was doch hier oben ist noch was ne ja jetzt noch so ne krone und äh wo ist der ausgang habt ihr den ausgang gesehen? also ich nicht sind wir es auf dem dach oder kommt man da gar nicht hin? ne da kommt man gar nicht hin ok ähm verdammt ich weiß nicht wo der ausgang ist ich muss den schon verpasst haben ja hier ist er ok also ja habe ich verpasst hier ist er ok los let's go hat äh war interessant war ein interessantes level ich bin gespannt wie es in der nächsten folge aussehen wird hier in der herren zeilen oh ja geben wir das ganze geld das ganze geld noch alles geld ich bin so gekleid ich mach das geld ganz viel alles 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 yeah let's go und jetzt bevor wir die punkke wenden bei 30 zeituhren sanduhren schauen wir uns erstmal die backstory hinter an mit nervigem wassergeräusch the twilight ascent einst war ein junger und starker ziegenbock hier unterwegs zu den bergen der himmel zeigte ihnen den weg wortwörtlich und irgendwann fand er diesen mysteriösen berg generell diese mysteriösen berge er klomm ihn und hat sich beschlossen hier zu leben und weise zu werden und jetzt ist er eins mit diesen bergen und mit der galaxie ich habe das gefühl wir werden auf ihn treffen wenn wir free play durch machen das jetzt wird es erstmal schön am rad gedreht yeah 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 neuer remix sieht cool aus behalte dich mal yeah neue musikremix und jetzt wird das spiel schon dass wir zum finale gehen nein es muss noch warten kleeber Untertitelung des ZDF für funk, 2017